Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, ich bin Schauspieler, Moderator und Sprecher und zeige auf meinem Kanal ganz, ganz viel von diesen ganzen Sachen, die ich mache. Dennoch sehe ich immer wieder, dass ihr am liebsten den Doc Tessor guckt und weniger die Musicals, mit denen ich gerade unterwegs bin und so. Deswegen haben wir Abhilfe geschaffen, denn wir hatten eine ganz neue Idee, wie wir das machen, wie wir euch trotzdem über Musicals auf dem Laufenden halten. Das wäre Max Erzählmann. Unser neuer Kanal, The Greatest Show, der Musical-Kanal auf YouTube. Wir haben einen Musical-Kanal gegründet, den wir zum größten deutschsprachigen Musical-Kanal für YouTubes ausbauen wollen. Auf diesem Kanal wollen wir euch ein wenig in die Welt der Musicals einführen. Wir wollen berichten, wir wollen kommentieren, wir wollen kritisieren und wir wollen Interviews geben. Und ein Derbs erwartet euch auf diesem Kanal. Genau, ein paar Videos könnt ihr euch schon angucken. Schaut einfach mal rüber, abonniert diesen Kanal, abonniert seinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Und dann sind wir alle froh mit verschiedenen Kanälen. Wow! Meinen Kanal könnt ihr hier abonnieren. Und The Greatest Show hier. Und Gnichels da. Mal gucken. Da fällt euch alles rum. Bis dann.